hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen let's play von mir und zwar dieses mal wieder aus der challenge zusammen mit dem ls profi der jetzt aber gerade noch da ist und wir waren gerade dabei das weißen zu verkaufen und da sind wir jetzt gerade noch hin und dann passen dabei wird der selten und die anderen düngen open oder Jo, das ist halt, wenn da die Map so klein ist. Und jo, jetzt sind wir gerade auf dem Weg dorthin, das ist super Karten. Mann, 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 Mann. Ja, Mann, 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 Mann. Das wird wahrscheinlich 10.000 geben. Und dann passt es schon. Achso, jetzt sind wir auch voll schon gefahren. Und jo, schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr euch mal wünscht, was ihr noch kaufen soll und jo, mann, 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 die Map kann man direkt in installieren. So, Meister. Der ist schon wieder. Haha, wenn er die erotische Stimme schon hat, was ist denn los? Nix. Was verkauft er denn hier schon wieder? Nix. Ja, nichts kann er denn sein, hä? Lügt er mich sowas von an hier die ganze Zeit, ey? Unfassbar, bist du so ein kleiner Lügenpolt? Äh, haben sie jetzt einen Ladewagen oder ja nicht? Natürlich. Aber ich bin mir nicht zu sicher, weil du mich da wieder verarscht und wieder den von Melo nimmst. Na, der von Melo ist mir zu groß, da bleib ich wohl hängen, das tut... Na. Ja, du kannst meinen nehmen, hier. Passt, danke. Okay. Aber das erst in der nächsten Aufnahmesession wahrscheinlich. Also nächsten Freitag wieder. Sprechst, stimmt. Sprechst, stimmt. Stimmt, stimmt. Und die Leute auch, wie gesagt, heute Abend 19 Uhr ist auch wieder Livestream. Jo. Ich schnauze auch wieder gern vorbei, da wird wieder Kissen rasiert. Jo, da bin ich auf jeden Fall auch spannend. Ah, sehr leise. Okay. Ich kann mal die Sachen hier reinfahren. Schreibt's gerne einmal eure Meinung zum LS21-Trailer, äh, 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 22-Trailer in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Stimmt, da können wir ja mal ein bisschen drüber reden. Ich fange es zu in den Trailern, so. Oh, schon spannend, schon spannend. Dabei bin ich noch immer enttäuscht, damit es keinen dynamischen Boden gibt. Ja, jetzt heißt das Ding, aber eigentlich ist er schon ein Schritt in die gute Richtung hier. Mit jetzt Season, wo ich hier anscheinend reinbringe, so wie es den Trailer aussah, zumindest. Jo, Season gibt's auf jeden Fall. Jo, das ist schon ganz gut hier, muss ich sagen. Feier ich auf jeden Fall. Und, äh, Grafikkarten-Performance wird's wahrscheinlich auch einiges brauchen. Jo, das weiß ich nicht so weit. Scheint sei ich immer so, man möchte, dass auch die kleinen PCs da rankommen. Aber irgendwie, irgendwann überpassen wir auch mal mit den kleinen PCs. Irgendwann brauchen wir mal was Größeres. Jo, deswegen will ich mir eigentlich noch eine starke Grafikkarten holen. So RTX 3090 oder so. Boah. Aber momentan dank Corona sind die Preise ja zu hoch abreißen worden. Hab ne Idee, Leute, was wir machen. Hab ne Idee. Oder was halten Sie davon? Ja, aktuell ist das ganz schön, ey. Scheiße hiermit. Aktuell schreiben sie ja, damit die SSDs auch noch teurer werden. Deswegen werd ich mir jetzt noch ein paar zu legen. Weil momentan krieg ich an der Arbeit für 35 Euro. Oh, boah. Und ja, deswegen hol ich mir noch ein paar. Weißt ja, wenn man so Brastler ist wie überall, wo du brauchst, brauchst du schon ein paar Sachen. Und ja, was machen Sie so, Herr Kollege? Was haben Sie vor, wenn der LSane 22 raus ist? Was ich da vorab? Oder was? Ja. Was für eine Projekte da entstehen, wenn wir da mal ein ARB-Projekt machen? Das ist noch Zukunft Musik. Also auf jeden Fall erstmal, wie gesagt, erstmal vielleicht Multiplayer, wenn der schon da ist. Oder ansonsten müssen Singleplayer da mal gucken. Einfach mal alle Maschinen so durchgehen und einfach mal ein bisschen so starmäßig fahren hier. Wenn Multiplayer da ist, vielleicht auch mit gewissen Leuten. Aber es ist halt alles noch Zukunft Musik. Ja, guck, der ist Quartal 4 von 2028 aus. Also so Oktober, November, Dezember sowas. Ja, viertes Quartal, deswegen. Das ist ja von September bis Dezember. Die drei Monate die letzten. Sooo, da la. Und, jo. Na, so, 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 so ein geiles ARB-Projekt würde ich schon machen. Aber da will ich noch nicht so viel verraten. Da habe ich schon was geplant im Kopf. Und, jo. Vielleicht werde ich mich da auch noch einmal mit dir zusammensitzen. Aber da weitere Infos werden dann erst kommen. Mhm. Aber. Oh. Außer dann jetzt. Ach hier, die Bremsen öffnen mich immer wieder von dem LKW. Hä? Moin. Ah, da ist er. Hä? Du bist bei mir. Ja, ich guck mir jetzt gerade die Umgebung hier so. Ich guck dir mal ein Wiese an. Du bist gerade bei mir. Wann war die schon andere rein? Hä? Du bist bei mir dreimal da. So. Lol. Okay. Geil. Ach, jetzt ist er noch einmal da. Kann mich ja kurz reinsetzen. Na, was machst du hier so schön in den Abendspaziergang? Jo, ich genieße noch einmal die Freiheit. Na, der Baum stört mich hier. Der muss mal schnell weg. Na, bitte nicht die Performance. Mann. So, Baum fällt, Junge. Weg da. Baum ist weg. Hast nichts zu tun, Meister. Na. Warum nicht? Weil ich sie mir mein Geschäft kaputt gemacht habe. Ja, aber. Alter, warum bin ich eigentlich immer in allen Schulen? Das ist wie mein Loh. Hä? Der ist ja Louis, mein Freund. Ja, das ist mir schon logisch. Die Bestechung durch Bierkästen. Das ist mir schon klar, dass es dein Freund ist. Was musst du machen? Ach, Junge. Stark bin ich, Alter. Hm. Du Lauch. Ja, ja, Junge. Ich zeig dir gleich mal. Das auch, Alter. Ja, bitte, Leitler. Du willst Spaß ausstehen, weil... Nee, das ist kein Spaß. Das ist ernst. Das ist purer Ernst hier. Ach, Mann. Ja. Ach, Mann. Schmeißt du jetzt die Scheiße hier rein? Hey. Weil ich hab schon ein paar Kommentare gekommen und ja. Da hab ich mir so gedacht, was los mit euch? Das ist ja alles nur Spaß. Ja, die haben mich besitzt, Junge. Ja, die haben mich besitzt, Junge. Die haben gedacht, Alter, der Typ, der ist zu krass. Nee, Spaß. Nee, Leute, wie gesagt hier. Nicht zu ernst nehmen. Und auch bitte mich beleidigen. Bei dem anderen. Weil das ist nicht der Sinn, den wir hier beim Bröckmann wollen. Anhänger, Herr Chris. Vor allem Herr Chris, Junge. Bei mir ist es wieder Öl, komm mal ran, Alter. Warum bist du eigentlich in meinem Hof drin? Lava doch nicht. LOL. Ich bin unterwegs. Der Chef kommt aus dem Weg. Aber wir können ja mal über das Thema. Du hast es ja schon angesprochen, RP-Brief. Wie stehst du denn zu dem Thema RP? Jo, wenn es geile Charaktere gibt. Wenn es genug ausgeplant ist, das bockt, wird es schon geil. Jo, vor allem das Thema mehr Leute ist auch immer so eine Sache. Weil du kannst ja nicht... Oh! Scheiße, jetzt ist das Ding hier runtergefallen. Ich schmeiße es hier rein. Es müssen halt wirklich genug Leute da sein, damit das auch wirklich Spaß macht. Jo, mindestens. Der ganze Server muss direkt ausgelassen sein, bei sonst wo es geht. Na gut, ausgelassen weiß ich jetzt nicht so, aber... Nein, von den Slots her. Mindestens mal so 10 Leute auf jeden Fall. Wenn nicht sogar mehr. Weil voller Auslastung sind ja 16 Leute. Ja, das geht doch. Hallo, zieg doch den Baum um du. Wo ist der Fischkopf? Du. Ah. Merch immer. Ja, ich merke den. Alter, du bist so ein Penner. Lass den Ding sich stehen, Alter. Ey. Biss die Scheiße in sich stehen, boah. Lass das Ding sich stehen. Oh Mann ey. Ich sehe nur ein paar Bäume um die mich stören. Kann ich Ihnen helfen? Du kannst den Baum hier klein schneiden und meinen Anhänger rein. Ich hab keine. Das ist eine Muttersäge. Hä? Ja, mein Hof rein, hast du eine? Nein, nein, ich durche nur aufheben. Ich bin Herkules. Ja, mach das. Dann sehe ich dir mal extra, weil... Damit du die auch packen kannst. Geht das? Ne, mach mir lieber so. 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 Willst du hochgehoben oder soll ich noch ein bisschen kleiner machen? Ne, das kleine Stück hier. Das ist für dich. Das große kann ich nicht angreifen, aber das kann ich angreifen. Ja, ist mir schon klar. Deswegen das kleine ist extra für dich. Damit du das eben kannst. Geil. Wo ist denn das jetzt hingepackt, Alter? In Anhänger unter der Außenhalle vom Anhänger. Ja, ja. Schwitzen sie. Ganz, ganz kleine Stückchen für den Christi, damit er die auch hochgehoben bekommt. Mit seinen Armen. Sonst bricht er die Heu noch ab, hey. Warte jetzt mal. So. Kriegst du die noch hochgehoben oder soll ich die kleiner machen? Geht schon. Geht gerade so, okay. Kein Ding. Geht so. Jo, alles gut. Ich fahr dir mal ein bisschen zurück hier. Bleib mir stehen. Komm, schmeiß drauf, Junge. Geht. 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 Wollen Stress. Macht doch keinen Stress. W eben warte kurz was machen. so hast du steige ein meister ja ich hoffe es hat euch die aufnahme zwischen folgen also die letzten folgen heute ist wieder freitag und vergessen live stream bei uns baden und bis dahin macht's gut ciao ciao